Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von Stellaris Megacrups. Ihr wollt noch mehr sehen und meine Zukunft in der letzten Lässe verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. So, hier unten brauchen wir dringend Dienstleistungen und das bringt uns hier die Wirtschaftszone. BAM! Jobbeamten 5. Machen wir doch gleich. So, Schiffsdesigner, gucken wir mal schnell rein. So, Kreuzer. Zerstörer. Ich brauche einen mit einem L. Dich zum Beispiel. Nee, ist das nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, nochmal. 21. Ein L. Vielleicht könnt ihr auch dich hier reintun. So, wir gehen hier rein. Unterhalt. Gucken wir nochmal. Schiffsdesigner. Fast. Klein. Fast. Punktverteidigung ist bisschen viel. Punkt 2 S. Mach mal den da, honey. Was sind die hier unten? Piratengesichtet. Da kümmere ich mich gleich drum. Dann geht doch die Schiffe. Kommt der Störer rein. Hier drüben. Die zwei und ein Störer. Der hier. Und hier oben. Die hier. Und der Störer. Ist der auch fertig? Ist am verbessern. Okay. Passt da. Du bist dabei. Die sind hier. Gut. Ich lass mal laufen. Ja, ist okay. Okay. Ist alles cool. Okay. Ganz nett. Und los. Fight. Und los. Fight. Und los. Fight. 48 Not. Du bist wieder mit. Oder raus. Und los. Widerst du. あります. rum. Du kannst hier noch bauen und dann gehen wir hier hin. Sieben verbessern. Gucken wir mal zum Schiffsdesigner nochmal. Da haben wir den L dabei. Soviel Point-Verteidiger brauche ich nicht, das wäre erst ein M. Speichern. Löschen. Hier. Konstruktion complete. Das passt. Können wir auch noch bauen. Erlass abgelaufen. Hier. Kann ich aber nicht. Mir fehlt der Einfluss. Ja, ich weiß. Was kann ich hier Gutes tun? Was für Jobs kann ich geben? Tam-Titam-Titam. Mal eine Legierungsgießerei bauen. Okay. Ich bin schon unterwegs. Standbasis bauen. Peace. Interessant. Okay. Technologien. Alles dabei. Technologien. Schiffst zu sein. Okay. Der Weg ist gut. ich die mal ab schau mal ob das was bringt bei hobso die mache ich es auch einfach okay das könnt ihr machen es ist mehr rain zerstörer ist dabei hier point verteidiger es lot m slot g slot g slot m slot da haben wir auch noch ein l slot okay treffer schau aus sehr gut so so Boom, wir haben etwas gebaut. So, dann ist es jetzt auch komplett eingenommen. Schiff, Design. Gut. Konstruktion complete. Boom, wir haben etwas gebaut. Konstruktion complete. Sehr, sehr schön. So, dann gucken wir hier mal. 40 Prozent. Debris analysiert. Autokanone, Physikforschung, Ingenieurforschung. Bisschen. Bisschen Handzeug. So. Ich muss da runter. Komm mal hier hin. Konstruktion complete. Ach, Forschungsschiff, nein. Das war falsch. Komm, schau mal hier hin. Na, 2020. Okay. Okay. Nochmal. Gibt es einen besseren für euch? Nein. Ja, auch nicht. Okay. Bleiben wir gespannt darauf. 830. Boah. Da geht was. Schwuppdi-duppdi-dupp. Schwuppdi-duppdi-dupp. So. Wehe, du wirst nicht stärker. 13,9. Off. 14,7. Okay. Okay. Robert fliegen. Wir haben etwas gebaut. Falsch. Ihr seid hier. Ihr seid das, wo ihr rüberfliegt. Ian. Nein. Brauchen wir Dienstleistungen. Nein, die Polizeiwache war es. Dann ein Distrikt. Leberfliegen undнade. Wir absolut. Bauen. bauen, bauen, Distrikt bauen. Passt. Gut, das läuft. Sieht alles gut aus. Hier drüben. Wie weit bist du? Verbessert noch eine Weile. Okay, das passt. Technologie. Bin ich auch gut dabei. Das rennt auch super. Danach kannst du dann auch wieder hoch. Da haben wir ein L-Tor. Erbärmlich. Genau. So. Überwältigend. Wirtschaftliche Macht ist nur überlegen. Rätselhaft. Komisch. So. Er setzt über. Du haschest bald. Gib mir den mit den Schraubenschlüssel, Mensch. 15,4. Und dann. 15,4. Und es sind 16,2. In Orbit fliegen. Sehr schön. Wo ist das? Hier unten. Ich setze ich auch noch hoch. Das ist wichtig. Gut. Wir sehen. Wir haben etwas gebaut. Gut. Die Aliens sind rausgekommen. Die Aliens sind rausgekommen. Erlasse. Forschungsgelder. Nehmen wir doch an. 55, 20, 155. Super. Super. Okay. Alles cool. Alle unterlegen. Zu dir will ich eigentlich. Ich will hier. Ich will die Megastruktur. Ich will sie. I will die. Wir haben eins. Wir können noch mal eine Vorlage an... Nein. Die Vorlage erstellen. Eigenschaftspunkte eins. Hm. Spare ich mir das noch mal auf, dass wenn da eins noch dazukommt, dass ich es dann machen kann. So, du bist gleich fertig. Hast du noch erweitert? Kriegen wir das auch hin? Alter, 121. Boah. Das ist heftig. So, haben wir es geschafft. Ich sage Ihnen mit Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.